Hallo und herzlich willkommen in der Podcastschule. Ich bin Mike und hier in der Podcastschule lernst du, wie du einen erfolgreichen Podcast starten kannst. Und du lernst, wie du mit deinem Podcast mehr Zuhörer, mehr Downloads und mehr Reichweite bekommst. In den Podcast-Facebook-Gruppen, in den Podcast-Kommentaren und allgemein so in der Podcast-Welt wird immer wieder eine Frage gestellt. Und zwar, wie viele Zuhörer benötige ich, um 1.000 Euro pro Monat mit meinem Podcast zu verdienen? Die Frage, die kommt immer wieder auf, in verschiedenen Variationen. Manchmal, wie viele benötige ich, um 500 Euro im Monat zu verdienen? Manchmal, wie viel benötige ich, um 5.000 im Monat zu verdienen? Aber die Frage ist immer die gleiche. Die Frage ist, die ist vom Prinzip her gut und auch irgendwo berechtigt, weil viele Leute starten ja auch einen Podcast, um damit Geld zu verdienen. Und das ist meiner Meinung nach völlig legitim, auch wenn es oft heißt, ja, ein Podcast sollte man nur als Hobby und als Spaß starten. Sehe ich ein bisschen anders. Meiner Meinung nach kann man das auch machen, einfach um Geld zu verdienen. Man sollte natürlich auch eine gewisse Freude dran haben, weil sonst bringt es natürlich am Ende gar nichts. Aber wenn man einen Podcast startet mit der Motivation, Geld zu verdienen, ist das nicht falsch. Die Frage, wie viele Zuhörer benötigt man, um 1.000 Euro im Monat zu verdienen, die hat aber einen kleinen Denkfehler. Und zwar hat die Frage die Grundannahme, dass die Tatsache, wie viel Geld man im Monat mit einem Podcast verdient, nur von einem einzigen Faktor abhängt, nämlich der Zuhöreranzahl. Das stimmt aber nicht. Die Verdienstmöglichkeiten von einem Podcast hängen von mehreren Faktoren zusammen, und zwar genau von vier Faktoren. Und die vier Faktoren, die habe ich in der sogenannten Podcast-Monetarisierungsmatrix zusammengefasst. Und die kannst du hier auch schon auf dem Bildschirm sehen. Und diese Podcast-Monetarisierungsmatrix, die beinhaltet diese vier Faktoren, und daran kannst du genau erkennen, welche Stellschrauben du drehen musst, um deine Podcast-Verdienstmöglichkeiten zu verbessern. Und du kannst mit der Podcast-Monetarisierungsmatrix auch einschätzen, zumindest grob einschätzen, wie viele Zuhörer du benötigst, um 1.000 Euro pro Monat mit deinem Podcast zu verdienen. Ich werde dir jetzt die Podcast-Monetarisierungsmatrix und die vier Elemente vorstellen. Und nachdem du dir das Video hier bis zum Ende angehört hast und angeschaut hast, wirst du genau wissen, was diese vier Faktoren sind. Und du wirst auch gelernt haben, wie du die vier Faktoren für dich nutzen kannst, damit du mit deinem Podcast mehr Geld verdienen kannst. Und du wirst dann mit dieser Podcast-Monetarisierungsmatrix am Ende auch in der Lage sein, zumindest grob einzuschätzen, wie viele Zuhörer du jetzt benötigst, um Summe X, zum Beispiel 1.000 Euro im Monat zu verdienen. Ich würde sagen, wir reden nicht länger um den heißen Brei herum, sondern wir legen direkt los. Bevor ich jetzt den ersten Faktor, das erste Element von der Podcast-Monetarisierungsmatrix aufdecken werde, möchte ich erstmal noch kurz allgemein die Frage beantworten, warum kann man denn mit einem Podcast überhaupt Geld verdienen? Die Antwort darauf ist relativ einfach. Mit einem Podcast hast du nämlich die Aufmerksamkeit von einer gewissen Zielgruppe. Und immer wenn du die Aufmerksamkeit von einer bestimmten Zielgruppe, einer Gruppe an Menschen hast, dann kannst du diesen Menschen Angebote machen und an sie was verkaufen oder eine Empfehlung für ein Produkt, für eine Dienstleistung aussprechen und dadurch eben Geld zu verdienen. Bedeutet, diese Aufmerksamkeit, die wirst du immer monetarisieren können, weil jedes Unternehmen, jedes Business, jeder Selbstständige auch irgendwo benötigt, wenn er irgendwas im Internet verkaufen will, die Aufmerksamkeit von Menschen. Wenn er die nicht hat, dann kann er auch nichts verkaufen. Dann kann er das beste Produkt haben, die beste Dienstleistung und er kann sogar der beste Verkäufer sein. Wenn ihm niemand zuhört, wenn ihm niemand seine Aufmerksamkeit schenkt, dann wird er nicht in der Lage sein, im Internet online Geld zu verdienen. Die Basis davon ist immer Aufmerksamkeit und alles andere kommt danach. Und mit einem Podcast kannst du eben relativ gut die Aufmerksamkeit von deiner Zielgruppe abgreifen. Und das ist auch der Grund, warum man überhaupt mit einem Podcast Geld verdienen kann. So, was sind jetzt aber die vier Komponenten, die die Podcast-Monetarisierung ausmachen? Wie setzt sich das zusammen? Und da zeige ich dir jetzt mal den ersten Faktor, der das Ganze beeinträchtigt und das ist der Markt, die Nische oder die Branche, in dem sich dein Podcast befindet. Ich gebe dir dazu mal ein Beispiel. Wir haben einmal einen Podcast, wo es um Rechtsthemen geht, also um Gesetzesthemen, um Klagen, um Gerichtsverhandlungen, also so eine Art Anwalt-Podcast, der von einem Anwalt betrieben wird. Und mit so einem Podcast sprichst du natürlich eine sehr, ich sage mal, spezifische und sehr spitze Zielgruppe an, die ein ziemlich dringendes Problem hat. Und die Zielgruppe ist dazu auch noch ziemlich zahlungskräftig, weil Leute, die einen Anwalt besuchen müssen, die haben in der Regel ein ziemlich großes Problem. Da geht es um irgendwelche Streitigkeiten, um Geld meistens oder um irgendwelche Klagen. Und das ist natürlich ein großes Problem, das ein Anwalt lösen kann. Bedeutet, das ist zum einen eine sehr spezifische, zahlungskräftige Zielgruppe, aber auch eine sehr durstige Zielgruppe. Die haben ein sehr großes Problem in der Regel oder eine sehr große Herausforderung. Und deswegen ist ein Anwalts-Podcast mit 2000 Zuhörern deutlich wertvoller als ein Podcast, wo Gruselgeschichten erzählt werden mit 2000 Zuhörern. Nur als Beispiel mal. Dann ist das einfach eine andere Nische, ein anderer Markt, eine andere Branche. Ich will jetzt damit nicht sagen, dass ein Podcast, wo Gruselgeschichten erzählt wird, dass man da kein Geld verdienen kann. Überhaupt nicht. Und ich meine das völlig ernst. Auch mit sowas kann man Geld verdienen und gut Geld verdienen, wenn man das gut macht. Aber es ist natürlich nicht so eine zahlungskräftige Zielgruppe und es ist auch nicht so ein Markt, der jetzt so ein brennendes Problem hat, sage ich mal, wenn es um Gruselgeschichten geht. Ganz im Gegensatz zum Anwalt, ja. Wenn es da um eine Klage geht im Wert von 500.000 Euro oder 100.000 Euro, dann ist das ein richtiges Problem. Und dann kann der Anwalt, der diesen Podcast betreibt, schon mit relativ wenig Aufmerksamkeit, mit relativ wenig Zuhörern sehr viel Geld verdienen. Im Gegensatz dazu ein Gruselgeschichten-Podcast, ja, wenn das mal ausfällt oder so, da würde jetzt die Welt nicht untergehen. Ja, das wäre vielleicht schade für die Zuhörer, aber da ist jetzt nicht so ein brennendes Problem, sage ich mal. Und deshalb, der Anwalt ist in einem anderen Markt, hat eine andere Art von Podcast, andere Nische, andere Branche und kann deswegen mehr Geld verdienen. Und das ist der erste Faktor, der darüber entscheidet, welche Verdienstmöglichkeiten du mit deinem Podcast hast. In welchem Markt, in welcher Nische, in welcher Branche befindest du dich. Dann der zweite Faktor, die Monetarisierungsfähigkeiten. Wie gut bist du in der Lage, deinen Podcast zu monetarisieren? Viele Leute, die verstehen ja unter Podcast-Monetarisierung nur diese eine Sache, nämlich Produktplatzierung. Und mehr haben sie irgendwie nicht auf dem Schirm. Das ist eine Möglichkeit und teilweise auch eine ziemlich gute Möglichkeit, mit einem Podcast Geld zu verdienen. Also wenn du zum Beispiel einen Podcast hast, wo es um das Thema Fotografie geht. Und dann kommt ein Unternehmen auf dich zu, das ein neues Bildbearbeitungsprogramm entwickelt hat, so ähnlich wie Photoshop, nur einfacher und besser und intuitiver. Und die sagen, hey, wir wollen, dass du dieses Bildbearbeitungsprogramm in deinem Podcast bewirbst. Und dafür kriegst du dann eine Summe X an Geld, dafür, dass du das da bewirbst. Das sind die sogenannten Produktplatzierungen. Und das ist eine gute Möglichkeit, mit einem Podcast Geld zu verdienen. Aber es gibt noch so viel mehr Möglichkeiten, mit einem Podcast Geld zu verdienen. Und je kreativer du da bist, je besser du da wirst und je fähiger du da wirst, diese Monetarisierung geschickt in deinen Podcast einfließen zu lassen, ohne deine Zuhörer zu nerven, desto mehr Geld kannst du verdienen. Ganz einfach. Und da musst du einfach mal ein bisschen kreativ werden und ein bisschen überlegen, okay, wie kann ich das möglichst schlau machen? Und da habe ich auch schon ein Video zu aufgenommen und einen Podcast, das verlinke ich dir mal beides in der Beschreibung hier, und da habe ich über zwölf Wege geredet, wie man mit einem Podcast Geld verdienen kann. Also in dem Video zeige ich dir zwölf verschiedene Möglichkeiten, wie man mit einem Podcast Geld verdienen kann. Und da kannst du dich ein bisschen inspirieren lassen, weil da ist so viel möglich, da gibt es so viele Dinge, die man machen kann. Und die meisten denken da aber ziemlich limitiert, ziemlich beschränkt. Und deswegen können sie natürlich auch nicht so viel aus der ganzen Geschichte rausholen. Der dritte Faktor, der darüber entscheidet, wie viel Geld du mit deinem Podcast verdienen kannst, ist das Vertrauen. Wie stark vertrauen dir deine Zuhörer? Wenn du ein hohes Vertrauen hast und deinen Zuhörern immer guten Content lieferst, guten Mehrwert lieferst und auch wirklich authentisch bist, dann werden dir deine Zuhörer mehr vertrauen, wenn du auch mal eine Empfehlung für ein Produkt oder eine Dienstleistung aussprichst, wo du was dran verdienst. Weil deine Zuhörer denken sich dann, okay, ich vertraue dem, der war bisher immer ehrlich, dann wird er mir ja jetzt auch nur gute Produkte und gute Dienstleistungen empfehlen. So funktioniert das Ganze. Wie kannst du das Vertrauen erhöhen, sodass du sowas machen kannst? Naja, das Vertrauen besteht auch wiederum aus mehreren Faktoren. Zum einen, bist du in deinem Podcast authentisch oder tust du da irgendwie was vorspielen, was du nicht bist? Nummer zwei, zeigst du in deinem Podcast vielleicht auch ein bisschen Persönlichkeit, wenn es irgendwie an manchen Stellen reinpasst? Nummer drei, bist du ehrlich in deinem Podcast oder schwindelst du irgendwas vor? Und Nummer vier, das ist auch wichtig, wie aggressiv tust du in deinem Podcast Verkaufen und Werbung schalten. Verstehe mich nicht falsch, Verkaufen und auch Werbeanzeigen, Produktplatzierungen in einem Podcast sind nicht schlecht. Es gibt aber irgendwann ein Level, wo es zu viel wird. Wenn du zu stark, zu aggressiv verkaufst und irgendwelche Dinge, Produkte, Dienstleistungen bewirbst, dann killt das mit der Zeit dein Vertrauen. Das passiert jetzt nicht direkt, aber das ist so ein schleichender Prozess. Und das ist immer so eine Gratwanderung, die man gehen muss zwischen starker Monetarisierung und Vertrauensverlust. Man kann einen Podcast gut monetarisieren, ohne dass man das Vertrauen kaputt macht, aber wenn du zu viel verkaufst, wenn du dauerhaft irgendwelche Produkte von dir anpreist oder sowas, dann fühlen sich deine Zuhörer nicht mehr wertgeschätzt von dir. Die haben dann das Gefühl, dass sie einfach nur, ich sag mal, so eine Art Melkkuh von dir sind und dein einziges Ziel ist, denen möglichst viel Geld aus der Tasche zu ziehen. Und das merken die einfach mit der Zeit und dann geht da ganz stark das Vertrauen verloren. Und das ist quasi der beste Fall, dass Vertrauen verloren geht. In der Regel kommt dann der nächste Schritt, dann gehen auch deine Zuhörer verloren, weil die wollen sich das dann nicht mehr bieten lassen. Also verkaufen ist gut, kannst du gerne auch machen, aber du darfst es nicht zu aggressiv machen und nicht zu oft. Und wenn du das machst, dann überleg dir mal, wie du das vielleicht ein bisschen natürlicher in deinen Podcast einfließen lässt, sodass es nicht ganz so aggressiv ist und nicht so nervig ist und vielleicht sogar deinen Zuhörern noch was bringt. Das kann man ja auch machen. Wie man das genau macht, da werde ich in einem anderen Video nochmal darauf eingehen, in einem anderen Podcast. Wenn du das nicht verpassen willst, dann abonniere die Podcast-Schule auf jeden Fall schon mal und aktiviere auch die Glocke neben dem roten Button und dann kriegst du die Benachrichtigung, wenn ein neues Video veröffentlicht wird. Das ist Faktor Nummer drei der Podcast-Monetarisierungsmatrix, das Vertrauen. Und jetzt kommen wir zum Faktor Nummer vier und ich habe den bewusst erst als letzten Faktor gewählt und das ist nämlich die Zuhöreranzahl. Und Faktor Nummer vier ist eigentlich der Faktor, wo die meisten Leute immer denken, das ist Faktor Nummer eins, das ist das Wichtigste, ich brauche Zuhörer, Zuhörer, Zuhörer. Ja, Zuhörer sind wichtig, Zuhörer sind nicht schlecht. Und irgendwo stimmt es ja natürlich, je mehr Zuhörer du hast, desto mehr Geld wirst du am Ende verdienen. Aber diese Zuhöreranzahl ist dann nur noch die Zahl, mit der diese anderen drei Faktoren multipliziert werden. Also das ist dann nur noch der Faktor am Ende. Du kannst dir wie so eine Gleichung vorstellen. Marktnische mal Monetarisierungsfähigkeiten, mal Vertrauen, mal Zuhöreranzahl. Und wenn deine Zuhöreranzahl sich natürlich verdoppelt und die anderen Dinge bleiben gleich, dann wirst du in der Regel doppelt so viel Geld verdienen. Das ist völlig klar. Aber du musst eben darauf achten, vor allem, wenn du zwei Podcasts miteinander vergleichst, nur weil der eine hundertmal so viele Zuhörer hat, heißt das nicht, dass der mehr Geld verdient. Ich würde viel darauf wetten, dass irgendein Anwaltspodcast, wo es um Rechtsthemen oder Klagen geht, vielleicht noch zu einem bestimmten Thema, wie zum Beispiel, was weiß ich, Gewerberechtsschutz oder sowas, also sowas richtig lukratives, dass der mit tausend regelmäßigen Zuhörern bei seinem Podcast viel mehr Geld verdienen kann, als ein Podcast mit 200.000 Zuhörern, wo Gute-Nacht-Geschichten erzählt werden können. Ja, das musst du immer im Hinterkopf behalten. Natürlich, wenn man jetzt zwei Podcasts vergleicht, wo Gute-Nacht-Geschichten erzählt werden, dann kann man schon grob davon ausgehen, wenn der eine doppelt so viele Zuhörer hat als der andere und die anderen drei Faktoren sind auch ähnlich, dann wird er wahrscheinlich doppelt so viel verdienen als der andere. Und das ist das Prinzip und deshalb sage ich immer, ja, die Zuhöreranzahl ist wichtig, aber sie ist eben lang nicht alles, wenn es darum geht, wie viel Geld du mit deinem Podcast verdienen kannst. Und mit dieser Podcast-Monetarisierungs-Matrix kannst du jetzt eben ganz genau erkennen, wie sich die Monetarisierung bei dir oder bei anderen zusammensetzt. Und du kannst die natürlich auch nutzen, um an den einzelnen Stellschräubchen zu drehen. Ja, du sagst zum Beispiel, okay, ich optimiere jetzt mal mein Vertrauen oder ich arbeite an meinen Monetarisierungsfähigkeiten und dann wird natürlich auch dein Verdienst steigen, auch wenn deine Zuhöreranzahl eventuell gleich bleibt. Und das finde ich das Spannende an der Monetarisierungs-Matrix. Man muss sich nicht nur auf ein Feld konzentrieren, man kann an mehreren Feldern optimieren und sich dadurch, ich sage mal, exponentiell verbessern. Und jetzt natürlich die große Preisfrage, wie viel Zuhörer benötigt man, um mit einem Podcast 1.000 Euro im Monat zu verdienen? Und es wäre natürlich völlig unseriös, wenn ich dir da jetzt eine Zahl nenne, weil ich habe dir ja gerade auch die Spanne genannt, wie stark sich diese Verdienstmöglichkeiten unterscheiden können. Aber du kannst es dir einfach selber ausrechnen. Geh einfach mal bei dir mit deinem Podcast die vier verschiedenen Faktoren durch. Überleg dir mal, okay, in welchem Markt, in welcher Nische, in welcher Branche bin ich? Ist es eher zahlungsfähig? Ist es eher weniger zahlungsfähig? Und dann probiere vielleicht mal so Durchschnittswerte für deine Branche zu finden. Und dann geh einen Schritt weiter und schau, okay, habe ich aus meiner Monetarisierung schon alles rausgeholt? Mache ich das möglichst kreativ? Mache ich das so, dass ich meinen Zuhörern nicht auf den Sack gehe? Um das mal so zu sagen. Und das Gleiche mit dem Vertrauen. Überleg dir, okay, wie kann ich mein Vertrauen optimieren? Auf welchem Level ist mein Vertrauen jetzt? Und wenn du das alles dann so ein bisschen durchgehst, dann kannst du eine kleine Schätzung machen. Zum Beispiel kannst du dann abschätzen, wie viel du pro Monat pro Zuhörer mit deinem Podcast verdienen könntest. Da kannst du einfach eine grobe Schätzung mal für dich machen. Und wenn du zum Beispiel dann auf die Schätzung kommst, okay, ich traue es mir zu, mit meinem Podcast pro Monat, pro Zuhörer drei Euro zu verdienen. Mit jedem Zuhörer, der meinen Podcast regelmäßig anhört. Naja, dann musst du einfach nur ausrechnen, dreimal ungefähr 330 ergibt 1000, also benötigst du 330 regelmäßige Zuhörer für deinen Podcast im Monat. Wenn du sagst, okay, ich kann mit meinem Podcast realistisch geschätzt nur ein Euro pro Monat pro Zuhörer verdienen, naja, dann benötigst du eben 1000 Zuhörer jeden Monat, 1000 regelmäßige Zuhörer, um auf diese 1000 Euro pro Monat zu kommen. Wichtig ist, dass du alle vier Faktoren von der Podcast Monetarisierungsmatrix einfließen lässt. Und dann wirst du auch ein ziemlich gutes Gefühl dafür bekommen, wie gut du im Moment schon mit der Monetarisierung unterwegs bist. Das war es mit der heutigen Episode. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen. Ich hoffe, dir hat die Podcast Monetarisierungsmatrix gefallen. Ich denke, das ist ein gutes Modell, um das Ganze eben ein bisschen besser zu verstehen. Wenn es dir gefallen hat, wenn du sagst, okay, da konnte ich jetzt echt einen Mehrwert aus der Episode mitnehmen, dann schau auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung. Da findest du einige Links und diese Links, die führen zu meinem Podcast. Ich mit der Podcastschule, ich habe natürlich auch einen eigenen Podcast, wo ich dir zeige, wie du mit deinem Podcast mehr Zuhörer, mehr Downloads und mehr Reichweite bekommen kannst. Und da findest du eben mehrere Links zu den ganzen Podcast-Apps. Wenn du Spotify verwendest, klicke auf den Spotify-Link. Wenn du Apple Podcast verwendest, um Podcasts anzuhören, klicke auf den Apple Podcast-Link und so weiter. Ja, also da findest du einige Links und die Links siehst du ja auch hier unter dem Video angezeigt, zumindest zwei davon. Okay, ich freue mich, dass du heute wieder dabei warst, hier in der Podcastschule. Vergiss nicht, den YouTube-Kanal zu abonnieren, also unter dem Video auf den Abonnieren-Button klicken und die Glocke zu aktivieren, dass du immer benachrichtigt wirst, wenn ich hier auf dem YouTube-Kanal ein neues Video zum Thema Podcasting veröffentliche. Ich bin Mike und hier in der Podcastschule lernst du, wie du einen erfolgreichen Podcast starten kannst und du lernst, wie du mit deinem Podcast mehr Zuhörer, mehr Downloads und mehr Reichweite bekommst. Alles klar, wir sehen uns in der nächsten Episode oder im nächsten Video. Bis dann, mach's gut, ciao. Bis dann,